Ja, Entschuldigung! Ja, die... Die Hunden laufen immer zusammen. Hä, Leute, hatte ich wirklich einen Bumerang in der Hand? Nee. Nein, das war nur so gesagt, weil die... Nein, genau deswegen wusste ich's ja. Du hattest bestimmt keinen und du hättest auch... Ja, du wusstest auch, dass ich K bin! Und ich war's nicht. Hättest du auch? Deswegen wusste ich, dass Tobias ist. Ja, du weißt alles immer. Einzelvotes. Einzelvotes. Toll. Du, wie geht es? Wenn er so reagiert, dann ist er dann... Ja! Oh, nein! McDonalds! Mit den Leuten! Alter, seid ihr... Ah, das wird wieder lustig! Ey, wie schön die Traitor-Runde gerade war! Das ist ein Happy Meal! Boah, Alter, du kannst mal... Keine Ahnung, ey! Das war ne schöne Traitor-Runde, ey! Was willst du mir sagen?! Hinter den Thekel stellen kannst du dich! Was... Was mögt ihr mehr und mehr? Was mögt ihr mehr? McDonalds oder Burger King? Ah, meine Ohren! Du musst mich richtig... Bad Force! Was mögt ihr mehr? Immer diese Verdächtigung, immer... Ne, ne, ne... 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 Leute, was mögt ihr mehr? McDonalds oder Burger King? Burger King eindeutig. McDonalds! Keine Ahnung, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, was wollen sie beschweren? Burger King ist der Reiz! Wir halten Menü 1 bis 8 im Auswahl! Hallo? Alter, in der Küche sieht's einfach mal aus wie in einem Klammatorium, Alter! Menü 1 bis 8! Das ist McDonalds halt! Menü 1 bis 8! Äh, Menü 1 bis 8! Oder hier noch ein paar kleine Dinger so... Hallo? 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 Das finde ich nicht so freundlich, jäh? Ich möchte eine mit dem... Geil! Ey! Alter, wo liegen hier eigentlich Waffen? Ich habe noch keine einzige Waffe gefunden! Wir halten Menü 1 bis 8 im Auswahl! Zur Auswahl! Ja, guckt hier! 1 bis 8! Chicken McGrill! Was wollen sie denn haben? Ich höre doch schon die Tauben, ey! Welche Tauben? Aua! Hä? Verschossen! Oh! Äh... Johnny! Ich glaube, Johnny! Ich glaube, Johnny! Ah, ich nicht! Ich glaube, Johnny ist das! Ich glaube, da hat jemand gekillt! Du glaubst! Ich habe zugeguckt, was die da gemacht haben! Konfirmlich! Mal! Ja, ja! Ja, ja! Hä? Wer ist denn jetzt gestorben? Okay! Ja, sag einen Namen! Wer? Johnny! Geh weg! Ich habe das verkonfirmt! Wer? Ich glaube, Krimmel ist tot! Der mit einem Satz aufkommt! Der ist der Nice Guy ist tot! Mommi! Was willst du von mir? Willst du mir jetzt auch noch sagen, dass ich das bin? Jesus! Vielleicht! Ja, was? Schieß mal mit der Waffe! Warum? Okay! Hä? Schieß mal! Kann, äh... Ja, auf dich oder was? Äh, auf was? Okay! Razer? Ja! Wings doch heute beschossen! Draus ist gerade wieder jemand gestorben! Ja, ich glaube, das ist Razer gewesen! Morni ist draußen! Kann denn... Kann denn einer identifizieren? Ja! Wenn Mats mal weggeht und nicht auf mich zählt? Oder Mats? Ich geh weg! Du konfirmst! Ich glaube, es ist Razer! Der war eben gerade da und er hat nichts gesagt dazu! Und... Ne! Es ist... Alter! Er schreckt mich doch nicht! Razer ist es! Okay! Wo? Ähm... Äh... McDonalds! Ey, ich bin auch im McDonalds! Wann? Wir werden jetzt erst mal dauern? Ich denk... Äh... Johnny wahrscheinlich noch! Johnny ist es wahrscheinlich dann auch noch! Nooo! Auf Johnny, aufpassen! Johnny Depp! Manni, du bist mit... Du hast ja mit geschossen! Du hast ja mit auf! Ja, ich hab... Ich hab Razer erschossen! Wo? Ja! Dann ist ja... er hat nur noch Johnny und Du? Johnny ist hier, pass auf! Können auf dem Dach sein, ne? Ist doch zwei Später da, ist blöd! Johnny ist hier hinten, also auf deinem Zweiter gegenüber Jesus! Jesus ist bestimmt auch noch! Ich? Ich bin froh, dass ich überlebt hab! Es sind ja noch zwei, also... Und da ich es nicht bin... Also, Monix ist erstmal ausgeschlossen Warum ist Monix ausgeschlossen und ich nicht? Weil ich Racer erschossen hab! Ja! Weil er Racer erschossen hat! Ja, und Racer Traitor war! Das hätte ich ja meinen Kollegen erschossen, das war jetzt nicht dumm! Jesus! Jesus hab ich! Ja! Dann ist der andere Johnny! Ja! Hallo! Was ist gezögert, Monix? Hä? Mathematik ist nicht über die Stärke! Ja! What the fuck, ey! Hey, ich hab Mazedon nicht so ganz getrunken! Hats hab ich erst getraut, als er Jesus erschossen hat! Hä? Ne, ich hab eigentlich mit auf Brace noch vor ihm geschossen. Boah, weißt du, ich steh einfach aus mit der Tegel, Alter! Ich steh einfach an der Tegel von McDonalds, weißt du? Ich werd niedergebrochen! Niemand merkt! Saumann, ey! Beide! Yeah! Alter, welche Tegel braucht vier Schuss, Alter! Kommt immer drauf an, wer zielt! Wir hätten Menü 1 bis 8 im Ausfall, und im Happy Meal ist heute, äh, ein, ein... ein Hot Wheels-Auto, oder eine Farbe. Das kann nicht sein, in diesem scheiß verfickten Spiel werde ich niemals Traitor! Domi ist Traitor! Mann! Wenn das so reagiert ist! Ja, bin ich Traitor! Das, willst du auch noch was sagen? Bin ich Traitor! Ich bin Traitor! Ich bin Traitor! Oh! Was ist denn hier drinne? Was geht da ab? Was passiert hier? Ist jemand gestorben, aber... Confirm! Wer? Ich seh ihn nicht! Ich weiß nicht, wo... Oben, oder was? Äh, ich, ich... Hör Man... Man-Hacks? Ich hör so ne komische Drohne! Man-Hacks, jemand hat Man-Hacks gekauft! Woah! 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 Das war diese Drohne! So, das ist auf jeden Fall nichts mehr gewesen! Pfff! Alter! Lemmen in die Menge rein, ey! Ja, ist hier was los! Lemmen? Eminem in die Menge rein! Eminem! Oh! 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 Sorry, sorry! Du bist der Dete! Sorry, Matze! Ich hab nur den... Ich hab nur den Teil da gesehen! Dafür darf ich dich auch einmal anschießen! Hä? Alter! Oh! Minute! Das war so ne Mine! Hä? Von oben, von oben, von oben! Auf'n Dach! Auf'n Dach! Aber wer war oben? Ich hab den Rocket Launcher aufgesammelt! Ist ja schön, der ist leer! Boah! Kommt man nicht hier hoch, oder? Hier ist mal ein Schuss gerade! Alter! Was kämen? Moni? Lol! Was bist du für ne Assi-Braut? Erst campen, weißt du? Und dann sowas! Was campen, Alter? Ja, nix! Ist so! Die map ist witzig! Dann kann ich nicht campen! Die ist aber echt sein Hammer! Krümelt, ja... Wo ist der Pimmel? Oh! Ups! Ah, da ist er! Ciao! Die nächste noch? Was war das denn?! Was war was? Was war was? Wie geil, Alter! Wow! Wie der Detective weggeflogen ist, ey! Bis Geburtstag muss ich hier warten! Aber bis Geburtstag muss ich hier warten! Stimmt, da war ja was! Äh, Mimi, Alter! Wie siehst du denn aus? Nice guy, was war denn los gewesen mit mir? Du denn aus? What the fuck? Du hast einfach keinen Skin! Alter, Mimi! Mimi ungeschminkt! Hahaha! Da bin ich dünner, ne? Hahaha! Jetzt alles von ner Blut geschmiert! Aua! Aua! Mimi! Entschuldigung! Auf! Ich bin doch nicht meine Waffe! Was ist das für ne Kacke? Ich bin doch mal durch hier! Geh doch mal! Jetzt bist du Detective, weiß! Jetzt wollte ich dich auch hören, weil du mich gehauen hast! Dann ist hier Detective, ey! Gesundheit Amt! Gesundheit schon? Ja! Voll! Ähm... Alles klar! Wer war das? The Razer ist hier bei mir, hinten! Der hat nix gemacht! Hi, Rush ist! Oben aufnach! Hat ne Lemon geworfen! Ja, auf mich! Kann ich's killen, weißt du! Ah! Alter! Wenn ich's schieße ist! Wieso schießt du?! Wieso schießt du?! Wieso schießt du, Alter?! Wieso schießt du, Alter?! Er schießt einfach! Taubenbody! 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 Hey! Oh Mann, ey! Alter! Ah, schön! Wieso schießt du?! Du hast mit der Diegel geschossen! Ja, ich hatte ja auch nur eine Diegel, Alter! Du kommst mit einer vonautomatischen Waffe in einem Raum, mit einem 2,3 Meter, ein großes, rein, und machst hinter dir die Tür zu! Ja, aber dann schieß ich doch! Ja! Ja! Also entweder ich schießt oder du schießt! Ja! Ja! Als Endo musst du halt waren, bis der Trader schießt! Das ist halt das Blöde! Mehr oder weniger! Ja! Oder ich geh halt... Ja, du Ritter! Mordi! 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 Na, du Ritter! Sie sind nicht so schnell! Ja! Du kannst denn erstmal beten mit deinem Namen sagen, und beten dass er raus geht, wenn er das nicht tut, dann kannst du von mir aus schießen! Ich bin schon wieder nicht Traitor! Ah! Ja, nein! Ich bin auch kein Traitor! Morgen nix! Was ist hier drin, ne? Jetzt hat die Taube so richtig... Da würde ich nicht reingehen! Da würde ich nicht reingehen! Alter Matze! Ah, der Mann hier! What the fuck? Jesus Christ! Krimel Christ! Was ist hier los, ey? Cybert redet gar nicht mehr? Aber eigentlich nur ich darf doch mal in die Map so leicht wackeln bei mir! Soll ich wackeln reingeschlappen? Cybert wird immer Dieter! Racer, du bist so schwer! Oh, morgen nix! Ja! Wer ist Detective eigentlich? Manni, der ist noch da! Ey! Dein Rotchinskatz hält auf mich! Sorry, das war keine Absicht! Schon das zweite Mal! Einer schießt auf'n Dach! Auf'n Dach! Auf'n Dach! Auf'n Dach! Auf'n Dach! Wie kommt man denn endlich auf's Dach? Äh, durchs... Mädchen-Klo! Durchs Jungen-Klo! Alter, ich wollte grad auf's Dach! Also kann es ja nur Krümel sein? Alter! Krümel? Alter, kann ich mal hier weg, Alter! Hier sind wir zu viele Menschen! Weil so auf'n Dach ist grad keiner mehr! Ja, das war Dings-Jesus-Maß! Jesus kam... Jesus kam... Jesus kam... Jesus kam... Warum? Nur weil ich Jesus hab... Alter! Ich konfirm, ne? Ja! Wow! Mr. Nice Guy ist da den Bummen ran geschmissen! Nein! Natürlich! Das war scheißgeil! Scheißgeil? Ja... So wie er spielt... Nice! Also nur ein Traitor! Ein Traitor noch! Ich hab auf den Mr. Nice Guy geschmissen! Ja, ich auch! Ich hab auf den Mr. Nice Guy geschmissen! Ja, ich auch! Also wer... Wer ist noch nicht konfirmt? Also du, Monix und ich sind konfirmt! Ja! Wieso du? Weil ich Dings getötet habe! Hier, Jesus Christus! Achso, ja! Stimmt! Jesus Christus! Ich nenn dumm jetzt nur noch Judas! Hä? Ich hab Jesus konfirmt! Ich hab ihn! Da schießt einer! Krümel! Hey! Ich begeh ihn doch, Alter! Fuck! Boah! Scheiße! Hab da keine... Hä? Da hat er keinen Dings, deinen Namen! Nene! Ich hab kein Krümel! Nene! Nene! Da stand Johnny! Bei mir stand ne Krümel! Krümel war auf anderen Seite! Ja, bei mir stand ne Krümel! Alter! Hauptsache, Mimia schießt da mal alle! Da sind rausgegangen! Da ist einer aus dem Disco und Karo ist gegangen! Passt doch! Ja! 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 Wie lange wollen die da doch reparieren? Keine Ahnung! Ja! Vielleicht wollen die... Den General überholen! So! Nach einer Woche! Den General überholen? Anhalt überholen! Anhalt überholen! Anhalt überholen! Anhalt überholen! Ohne Spaß! Das ist so langweilig! Was denn? Die Chance ist ne bisschen höher weil 3 Euro da sitzt und ich... Du machst doch einmal diese Runde schon! Einmal! Ja genau! Andere sind fünfmal in der Zeit! Ich red noch nicht mal Dieter! Matze? Hast auch auf mich geschossen? Ne hab ich gar nicht! Und das war bis jetzt fast immer außer einmal, glaube ich. Ja genau, Matze, alles klar. Alles klar. Krümel ist es! Oh, okay. Ich kann nicht wahr, sie hat was gegessen. Krümel ist es. Du hast was gedroppt, Alter, ich hab nur die scheiß Dings gegessen. Ja, das sah aus wie ne Landmine, sah das so. Messert! Alter, Alter, I rush you down, is it? I rush you down! I rush you down! Und Jesus Christus will mich abschießen. I rush you down hat Jesus auf den anderen geschossen. Alter, I rush you down, is it? Nein, ist er nicht. Hier, Beweis, Beweis, ich bin es nicht. Ja, Beweis, komm her! Was denn, Beweis? Jesus ist es. Okay, Jesus. Jesus. Wo ist Jesus? Johnny ist, glaube ich, auch, ey. Ah, genau. Ja, ich bin's nicht. Monix? Ja, ich bin's nicht. Jesus ist es. Nein, Jesus ist tot, Jesus ist tot. Und er war's nicht. Er wurde, er wurde schnell kommt fern. Johnny? Ja, wieder so ein, keine Ahnung, kannst du mich heilen? Nein, sieh mir keinen Sniper. Wer will heilen? Mir. Aber geh mal bitte weg hier. Sonst wirst du gleich gut. Ich war ansatz... Komm mal her. Weg, Krümel! Was? Krümel hat auf mich geschossen. Nein! Doch! Natürlich, du hast den letzten, die da war, auf der Seite. Krümel hat auf mich geschossen gerade. Ich hab daneben geschossen, Nasenbär. Ich mach' die ganze Zeit schon. Du hast mich getroffen. Ich hab' nur noch 13 Habgut gewissen. Ich hab' ich aber nicht geschossen. Ja, auf was denn dann? Ich war der Einzelne, der da war. Confirm' sie. Confirm' sie mal. Danke dir. Sag' ich doch. Oh, der war tatsächlich. Mimi war tatsächlich Traitor. Wer hat da noch geschossen? Inkrater hat da noch einer geschossen. Warte. Warte. Ist der Dete tot? Monix, Monix ist tot. Monix hat, äh, hat Mimi, hat Mimi gecalled. Äh, was war das denn? Nein! 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 Warte! Detective, lad mal kurz stehen! Wer ich? Bleib mal ganz kurz stehen! Ich hab' nur gesehen, wie du auf den einen, auf den einen, auf den einen Kerl mit der Shotgun geschossen hast. Ja, weil er mich messern wollte. Er hat mich einmal gemessert. Und das hab' ich zu Hause mal gesagt. Das hab' ich mitgekriegt. Und ich hab' nur gesehen, wie du auf ihn geschossen hast. Und dann hast du angefangen, auf mich zu schießen. Das ist sehr verwund hier, Leute. Wenn er mich messert, und ich renne hinter einen her, und sage, er hat ein Messer, und er ist es, und du siehst... Nein! 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 Der ist es nicht! Nein! Dann ist doch klar, dass er verwirren wird, oder? Ja, natürlich! Ist ja auch nicht schlimm, Walter. Das ist doch das Spiel. Ja, ich weiß. Ist ja auch alles gut. Aber die Stunden bei der Tage, und keiner sagt so... Ich hab's nicht gehört, dann denk ich mir das, Alter. Holt euch ein Hörgerät, oder was auch immer. Krappling, Hook! Wo denn? Captain Hook! Captain Hook! Jesus! Au! Äh! Sorry, 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 sorry! Sorry, sorry, sorry! Du bist Detective, Walter. Du gehst mir hier nicht. Ich habe mich nur noch nicht geschlossen. Ja, ich hab's nicht gehört, oder? Ich hab's nicht gehört... Irgendeiner ist doch schon tot hier! Der Razor ist verwundet! Und läuft noch keinen Sinn! Ja! Ich hab's nicht gehört! Ich hab's nicht gehört! Irgendeiner muss doch schon tot sein! Aber so viele Leute wie wir noch nicht... Ja, wenn einer tot ist, und Razor verwundet ist, spricht viel dafür, dass... Dass irgendwo ein Traitor ist! ich hab nicht mal geschossen ich stand hier in der Ecke Aha? Seid ihr beide Inter-Traitor oder was? Ja, die haben sich verbunden und verbunden. In McDonalds piept es! Ja, da ist ne Bombe! In McDonalds piept es! Ja! Geh weg, das ist meine Ecke! Geh weg! Naja, du hast immer den Verdacht, Mornix ist! Ja, ja, Razer stehen in der Ecke, verwundet und... Jesus hat bestimmt die Bombe gelegt! Ja, die stehen hier die ganze Zeit in der Ecke! Aber Jesus kann alles! Versteck mich hier vor der Ecke! Boah, hör mal mit dem Scheiß! Du bist verwundet! Bin ich verwundet, ich hab 100er Bild! Ist das ne, Razer! Razer ist safe! Ja, siehste! Sag ich doch! Bist du Razer? Du bist doch nicht Razer! Alter, was war das denn? Oh mein Gott! Okay, wer ist jetzt dafür, dass wir Razer killen und gucken, ob er Traitor ist? Ich bin... Nee, warte, erschiebt mich doch einfach! Slash, Razer, sag mal ja! Okay! Oh mein Gott! 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 Okay, hab ich richtig gedrungen Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der andere! Der Tod, ich darf ja nichts mehr sagen! Komm raus aus deinen Scheiß-McDonalds! Ich find's doch gerne! Millennix, komm her! Ich wusste! Clan! Was? Ich hab dich nicht getroffen! Habe du das gesehen? Ja, ich hab dich aber auch getroffen! Mann! das ist von Anfang an das Maunix ist dabei, der sich die ganze Zeit da hinten so verkrümmelt hat und immer die Rackade ausgestattet hat und keine Ahnung so komisch oh ja 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 der ist so, ich war oben auf dem Dach und hab dich die ganze Zeit beobachtet so Einzelvote Einzelvote Matze, wenn die Rakete auf mich zukommt, kann ich jetzt mal willkommen sein, oder? Einzelvote Natürlich warst du's Einzelvote Was denn, warum denn? Einzelvote Ja, ich war's doch auf Feuer